Wo fahren wir jetzt hin? Disneyland Wo fahren wir hin? Hotel In welche Stadt? Paris Und wo ist die Stadt? In welchem Land? In Frankreich Und welche Sehenswürdigkeiten hat Paris? Der Eiffelturm Das Grand Levant oder wie es heißt Grand Levant Das ist die Glaspyramide Le Louvre Le Louvre Le Chocomuseum Nein, das ist immer noch in Köln Was wollen wir in Paris machen? Urlaub 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 ist gut Wir sind über die Grenze gefahren und haben nicht gemerkt, dass wir über die Grenze gefahren sind Da haben wir auch nur überlegt ob wir jetzt in Frankreich sind oder nicht Und da wir weder Grenzposten noch Polizei gesehen haben sind wir auch ohne Antigentest rüber gekommen beziehungsweise Marcos Ich bin hier vollständig geimpft Ich bin hier vollständig geimpft Wir sind hier direkt im Außenbezirk von Paris und es sieht aus als wären wir irgendwo in Kanada unterwegs Welcher Vogel hat weder Flügel noch Feder noch Schnabel? Pechvogel 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 sind gibt es fürjäger das Alliance Das ist der kleine Campingplatz kurz vor segn sodium hat sogar ein Strand ich drehe das mal um Das ist der Camping internationale La Japlinée und wie man hier sieht Moment, jetzt muss ich mich orientieren hier ist der Campingplatz des Campinas Da, da und hier ist ein Strand und hier ist Mini Disney World und hier ist ein Fire Fox oder Flying Fox und hier ist irgendwo eine Wasserstiebahn.